Ja, ich will am Land umfliegen, um zu gucken, ob es wieder Inseln gibt. Ja, ich guck gerade, wo André ist. Ich bin unter dem roten Turm jetzt. Direkt unter dem roten Turm? Direkt unter dem roten Turm. Das ist ja das Ding, man darf sich nicht einfach wegbewegen, wenn man erkunden will. Dann guckt er auch ein bisschen sich um. Ah, wir haben ja unsere Terrorvogel. Wir haben ja unsere Koordination hier. Ich will jetzt nie mehr nach Hause finden, warum? Doch, das würde ich auch nicht. Ja, aufs Rum, aber anders will ich... Hier ist schön, hier ist ein Wasserfall, hier will ich wohnen. Echt? Hey, hier. Die Frage ist, wo kannst du da bauen? Guck mal, Eisen ist auch hier. Da oben, wir bauen hier überall mäßig. Da hinten ist ein blauer Beacon. Ist ja in der Höhle. Guck mal, guck mal ein, ob hier eine Höhle ist. Das ist, glaube ich, eine Höhle, oder? Hier? Ich habe bestimmt abgemacht. Da ist keine Höhle hinter. Nee, unten auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der ganze Berg hohl ist. Nicht hohl ist. Oh, fast ins Wasser. Es ist leider keine Plattform zum Bauen, schade eigentlich. Ich kann mir den Fluss mal nach links. Was ist da links? Irgendwo, den Fluss nach links, Wolf. Vielleicht, den musst du irgendwo eine Quelle haben. Ja, meistens ja. Ich will da Mineralwasser von der Quelle abfüllen und dann verkaufen. So, argisches Mineralwasser. Geholzsteiner, Mineralquell. Ich nenne es nicht Holwig, ich nenne es Argwig. Ja, Argwig. Befinde deinen Vulkan. Ich sprühe gleich wieder auf der Klasche. Boah. Ja, so. Was denn? Weiß ich nicht. Wir sind Insekten. Ich habe keine Ausdauer. Ich weiß ja nicht mehr, wo du bist jetzt gerade. Ich bin doch gerade in dem Fluss entlang. Wo seid ihr denn hin? Ich bin immer auch weiter im Fluss entlang. Ja, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich gehe draußen. Wie gesagt, zusammenbleiben und ihr fliegt immer weiter, wo ich landen musste. Das muss man sagen. Bis Krissart. Die Viecher habe ich jetzt abgeschüttelt. Da unten ist er. Da ist er. Jetzt kann ich auch wieder fliegen. Ja, musst du das nächste Mal Bescheid sagen, wenn du landen musst. Da können wir nicht riechen, sonst. Ich glaube, ich habe auch nicht mehr genug Fleisch, um zurückzufliegen. Man muss ja zwischendurch jagen. Ich habe 51 drin. Ich habe noch. Nee, ich esse gerade Fleisch. Oh, ist ein Zerrorvogel oder so, der mich stört beim Futternd. Ach, der ist auf der anderen Seite. Komm mir was mit da, Annel. Da will ich ja, aber immer kommt dieser komische Vogel da und ärger mich. Das ist mein Funky. Aua, jetzt kommen schon wieder die Insekten, die hinter mir her sind. Ja, dann wette mir das so bestimmt jetzt ein bisschen. Einfach mit C durchfliegen. Passt schon. Jetzt muss ich aber Ausdauer holen. Auch. Das ist gerade taktisch unklug. Ich habe jetzt aber auf jeden Fall Fleisch. Ja. Okay. Wir kommen bis alle, gut. Nee, das ist noch alle. Ja. Ich muss ja noch mal Ausdauer reden am Campen. Lass noch mal Fleisch mit deiner Brau. Ja, ich nehme ich. Achtung, der Terrorvögel kommt zurück. Au. Wo ist Oli, komm ran hier. Nee, Oli will nicht. Oli will nicht mehr mit uns spielen. Ja, merke ich mir. Was ist denn da oben? Ist das ein riesiger Eisenberg? Eisenberg da oben. Ja, ob das ein riesiger Eisenberg ist, ne? Ja, wir machen doch nur so wenig, weil Oli nie Zeit hat. Ja, richtig. Genau. Sieht aus wie ein Eisenberg, ne? Auf der Karte, wo wir sind. Wir sind schon weiter im Landesinnerung. Ja, ein Stückchen. Ja, ein kleines Stückchen. Naja, sagen wir mal, fast die Hälfte schon. Ja, wenn man so außenrum sieht, ist ja nicht viel, ne? Aber die Karte ist ja halt großrund, ne? Wenn du mit einem halben Auge so guckst, dann sind wir auch schon halb drin, ne? Flimmert da vorne so. Ist bestimmt heiß da hinten an dem Berg. Das ist heiß wie ein Vulkan. Nee, da ist doch eine unsichtbare Wand vor. Ist halt Ende. Wow, was soll das? Hier ist Ende. Das ist das Ende. Das ist das Ende. Hier ist Ende. Das Ende. Kennst du doch noch, wo Olli da ging's Ende geflogen ist. Wie abgemauert. Aber dann ist die Karte aber nicht groß. Wissen wir nicht. So ist denn hier das Ende? Ist ja nur die halbe Map. Wow. Oder ist das ein Schutzschild? Weiß es nicht. Aber eigentlich ist es das Ende. Signalisieren, das ist das Ende. Aber kann es vielleicht sein. Also haben wir jetzt eine halbe Map? Ja, wahrscheinlich. Das andere ist auch gar nicht die sein. Ich leg dem Ding jetzt mal entlang. Ich auch. Aber vorher war's cool. Wenn du jetzt tatsächlich nur eine halbe Map bist, dann ist es unkürt. Ich muss, ich muss landen. Ja, ist klar. Wir werden hier vorne an dem See. An dem schönen kristallklaren See. Ja, das ist dann schade, weil an so einer Stelle könnte man dann wunderschön bauen. Aber mit einem Rand, als Hintergrund ist das Scheiße. Nee, ja, auf der einen Seite, ne? Da kommen keine Dinos durch. Ja, wie das ist so. Oh nein. Oh, Insekten, verdammte Scheißviecher. Oh, jetzt muss ich erstmal auch sagen, ich bin vergiftet. Wer kommt hier zu King? Hier war eine schöne Stelle. Olli will Minecraft spielen mit uns. Ja, hier ist eine schöne Stelle. Oh nein! André Terra Vogel! Nix wie weg. Wo der denn? Oder Chris hat hier so eine schöne Stelle. Hier wäre so eine Möglichkeit, wo man bauen könnte. Hier. Das Teil klarer See vor der Tür. Können wir schon da sitzen mit Angeln. Ja, ja, aber ich will das nicht enttäuschen. Ja, ich muss mal weiter gucken. Ich muss mal weiter gucken. Ich will hier langfügen. Ich will hier nur die halbe Karte. Ich muss auch gerade sagen, so ein bisschen, dass hier schon Ende ist, finde ich auch so ein bisschen. Vielleicht muss man auch erst was machen, um weiterzukommen. Meinst du? Obwohl die andere Seite wirklich nicht designt aussieht. Aber da sind Dinosaurier hinter. Das sieht auch so aus, als ob da eine Taume auch dahinter ist. Wegen, ja. Schneegebiet. Vielleicht kommt man da irgendwie anders. Vielleicht muss man erst das Gebiet freischalten. Das hätte ich als Feature beworben. Weil wir können ja auch da spawnen, oder? Ich muss nächstes Mal, wenn wir sterben, muss mal einer drauf achten. Ja. Ich weiß ja, wir sind ja hier in der Winterzone. Ja, da müssen wir schon irgendwie durch. Aber, also hier bleiben wir auf jeden Fall nicht in der Winterzone, ne? Nee, aber hier sind die Raubvögel endlich. Ich liebe die Raubvögel. Nice. Nee, die sind nicht Adler. Ja, ja, so ist die. Nashörner. Mammuts. Ja, Mammuts. Manni. Also hier links sieht es so aus, als wenn der Gerücht zu der Wüste geht. Ja, ne? Aber da sind auch Dinosaurier hinter, aber wir kommen da nicht durch. Nee. Also es kann sein, dass man das wirklich freispielen muss, eventuell. Oder, dass es noch kommt. Oder, dass es noch kommt. Dann hätte ich die Map aber jetzt noch nicht released. Ich auch nicht. Und dann dafür auch 2,5 Gigabyte, also sind die dann aber auch ganz so groß. Ja, wahrscheinlich rendert der auch die ganze Zeit, denn die Sachen, die da hinten sind, schon mit. Das kann natürlich auch sein. Ja, vorne rechts ist irgendwas Großes. Ein Drache. Oh ja, ein Drache. Der ist gerade beschäftigt, also schnell rüber. Eisdrache. Eis, Eis, Drache. Hier macht das Ding eine Kurve. Wir müssen uns beeilen, ich habe Eiswürfel. Ich auch. Ich muss die Fackel nehmen. Hast du noch Fackel? Ja, aber immer noch Eiswürfel. Ich auch. Da bist du doch ganz schön. Wir müssen uns noch die Pelzsachen machen. Ich muss zwischenlanden. Mal runter, bitte. Komm, ich sag bis zu euch. Das scheint mir wirklich der Kartenrand zu sein, der noch kommt oder so. Ja. Mal im Vorraum nachgucken. Alter, geht die Gesundheit hier schnell weg. Gegenarbeiten. Womit denn? Mit Essen. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Da hinten, da geht es weg. Da geht es wieder runter. Wir müssen Richtung grünen Turm fliegen. Da geht es bestimmt wieder besser. Aber ich wollte gleich der Linie noch weiter folgen. Ach, die geht sowieso Richtung Turm. Ja, richtig. Aber da ist der Turm aber auch direkt an der Grenze. Da bin ich nur eine halbe Karte. Ja. Ja, dann. Da geht es weiter. Das ist auch nochmal ein selbe. Das ist ein Giga. Ganz hinten. Seht ihr den? Das sieht wie weit der läuft. Oh, das ist ein Gitarren. Oh, das ist ein... Oh, schon wieder. Wecken. Weil Freifläche ist hier auf jeden Fall. Ich habe gerade andere Probleme. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Im Rand. Wir waren längst geflogen. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich auch nicht. Ich werde angegriffen. Ja, ich auch. Die Käfer-Mob sind die dann auch. Seid ihr vor dem Grün? Hinter dem Grün? Nach da vorne, glaube ich. Waren wir ihn. Ich habe auch keine Ausdauer mehr. Nee, ihr auch nicht. Boah, so als ob wir mit dem letzten Quäntchen haben wir den noch gelegt. Ich habe mir noch 15 essen. Wir müssen gleich nochmal was jagen. Oh, was Kleines, Fieses, Schnelles. Ich sehe hier vorne, der Kuh. Zumindest ist es langsam. Ja, aber weißt du, wie die reinhauen? Ich habe noch keine T-Rex hier gesehen. Ja, wir haben auch noch nicht. Das funktioniert nicht allerdings auch. Hier ist der grüne Strahl. Ja, hier ist der Kuh. Ich gehe nochmal hier hin. Da sind zwei Terrorvögel unten drin. Drei. Kommen wir jetzt gleich hier rauf, oder? Ich setze mir zu, ich mache auch ein bisschen Terrorgrad. Zumindest fühlt es sich so an. Was ist Terror? Ja, ich fühle mich so ein bisschen verarscht. Ja, für eine halbe Karte ist das traurig. Ja, es hätte schlimmer sein können, ganz ehrlich. Die hätten dafür noch Geld verlangen können. Glauben noch, wenn sie fertig ist. Nicht. Die haben wir den. Dann sind wir dann aber auch schon weit. Einmal rumgeflogen. Oh, ja, Freifläche ist hier auf jeden Fall. Ja, da oben ist ein Quetzer. Ja. Ist auch wieder ein Kanu. Ich fliege immer noch erstmal der Linie entlang, um zu gucken. Aber da geht es wirklich nicht rüber. Okay. Oh, hier ist noch ein Quetzer. Also hier sind die Quetzer, als wenn ihr welche brauchen. Und Landing. Alles klar. Ich bin hier irgendwo gleich nochmal... Da oben ist ein Schildkulte. Die können wir, glaube ich, mal hinkriegen. Ja, dann haben wir das aber auch schon bald erfunden, hier. Ist das eine halbe Karte oder die ist so klein? Nee, das ist eine halbe Karte. Also wenn sie so klein wäre, ja, dann hätte ich dahinter nicht noch... Wollte ich gerade sagen, Streckabstück gemacht. Und dann hätte ich die... Oh, da ist das Reflexion, aber wenn, dann ist es trotzdem scheiße. Dann hätte ich der Karte dann aber auch noch so angepasst, dass sie auf die Map, die du aufmastern, ganz ausfüllt und nicht nur halb. Ja, und vor allem hätte ich hier halt auch wie sonst auch Wasser drumherum. Also hier passt so einiges nicht und hier würde ich jetzt nicht unbedingt rüberfliegen wollen. Nee. Also ungern. Nein. Wenn die Ausdauer mit der Trüge leer geht, dann hast du nämlich ein Problem. Lass es auch hier nochmal kurz... Wenn man die Jage... Ein paar Dodos oder so. Vorne sind die Dodos. Was ist denn Dodos, die ich sehe hier? Wo ist das? Wow. Aber wir kommen nur Leder raus hier, oder was? Wow, gleich Fleisch. Da ist so ein Vieh hinter mir her und ich komme kaum, wir haben ihn nie erholt. Ich kenne dir her, was für ein Viech? So ein Kleines, so jetzt ist er weg. Oh. Oh nein, nein, das ist doch jetzt nicht wahr. Was denn? Ich habe ein Fanrohr geklaut. Wie soll das? Ich habe keine Ausdauer. Ich habe keine Ausdauer. Ich habe keine Ausdauer. Wir töten die Viecher nicht einfach zu Fuß. Weil du sonst keine Erfahrung für die Viecher kriegst, oder nicht? Ja, aber du brauchst Fleisch und nicht Erfahrung. Warum? Beides. Nix, beides. Dann musst du große Viecher töten. Dein Kram bringt einfach so nix. Ein bisschen was. Oh je, ich gehe noch mal kurz ausdauer. Da kam ein Viech geflogen. Was war das? Was unschuldiges. Unschuldiges. Einfach nicht genug Damage und Ausdauer, um was zu legen. Ja, das musst du jetzt gehen, ne? Ich bin nämlich aber nicht so froh. Die bringen ja nix. Braucht man dann schon die vierte oder fünfte Generation, damit die auch stark ist. Ach, das geht eigentlich. Absteig und Raubfrau sind die wenigstens schnell tot, ey. So weitermachen halt nicht mehr genug Fleisch, um nach Hause zu fliegen. Dann steig doch ab und töte sie, da halte ich dich doch nicht von ab. Was für Fleisch meint ihr denn jetzt? Gegrillte? Ja, wo ist es? 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 Ja, da ist gar kein gekrochtes drin. Habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe Rohes gesagt. Nein, mein Vieh, wieso der steht da auch passend? Das funktioniert alles nicht mehr. Nee, dann habe ich gemeint, das stellt sich irgendwie wiederum auf. Kannst du mir sagen, was du willst? Jetzt ist da ein bisschen gegrilltes Fleisch drin. Ja, wir können nicht absteigen. Ich bleibe einfach nicht locker. Ich habe mal vier Stück genommen. Kastrieren? Nee, ich will mein Vieh nicht kastrieren. Das ist dann Ingo, super Ingo. Okay. So. Weiter. Das ist ja kaltes Gebiet hier gleich, ne? Nee. Kalt, kalt, kalt. Immer nur kalt. Tja, wenn wir nächstes Mal sterben müssen wir gucken, ob man wirklich woanders spawnen kann. Oder nur hier oben. Ja. Da ist ja wirklich nur eine halbe Karte. Ja. Wir haben noch keinen T-Rex gesehen. Oh nein. Wahrscheinlich nicht mal alle Dinosaurier. Dann gibt es wahrscheinlich auch keine Bioticsaurier. Es gibt keine Bioticsaurier. Das ist so Tech-Armodee. Dinos einfach kriegen. Oder Tech. Oh, die Tech-Armodee. Okay. Ja, sie gab es ja auf der anderen Karte auch im Vulkan. Ja, hier wird sie aber... Standardkarte, da sind die im Vulkan. Oh, da kommen zwei Boas auf mich zu. Alter, hier ist ja auch was los wieder da hinten, ne? Ja, wer? Krodile, Boas. Krokodil. Aber kein T-Rex. Nein. Gibt's nicht, sind ausgestorben. Oder noch nicht eingefügt. Wir sind auf der anderen Seite. Ja, auf deiner Seite. So, jetzt stellen wir uns hier hin oder gehen wir in den Sonnenuntergang. Ich meine, wenn man so von hier rüber guckt zu den Bergen, ne? Dann sieht das ja schick aus, ne? Muss man hier sagen. Da sieht man die Wand ja nicht. Das war ja die, die Wand. Ich glaube, gerade auch rüber ist ja, glaube ich, die Wand nicht, aber... Wenn die Hälter sind, ist doch sowieso irgendwie die Kartenende an. Da ist doch ja sowieso. Ich bin ja jetzt schon wieder. Ah. Es ist eine Struktur, oder? Ja, es ist eine Struktur. Dunkel. Hey, zum Fuß rüber gehen. Dunkel. Wir dürfen nicht fliegen. Ah, dunkel. Alter, dunkel. Dunkel am ADW. Ich will, sagt er, ja. Also, ich sehe hier nichts mehr. Mein Fackel reicht aber ordentlich bis zum nächsten Tag. Ja, man muss nicht erwarten. Hier? Ja. Ich habe mich oben auf dem Berg sicherer gefühlt. Nein, hier ist gut. Ich fliege jetzt noch nach Hause, in Dunkel. Ja. Das ist doch nicht mehr so weit. Und hier ist doch überhaupt kein Saurier. Ich wollte gerade sagen, hier ist doch alles cool. Guck mal, hier vorne ist sogar auch noch so ein Haar. Guck mal, kannst du dich hier oben auf diesen kleinen Absatz hier? Ne? Da? Wo ich natürlich jetzt nicht drauf gelandet bin, ne? Kannst du dich... Das ist Dino. Kontrollier. Tolle. Wir müssen wohl doch wieder auf die andere Karte umstellen. Naja... Ist ja nur nicht so, als dass wir hier gar nichts haben, ne? Ja, aber trotzdem finde ich das enttäuschend. Ja. Ey, hier ist irgendwie nur im kalten Gebiet oder Sumpf. Ja. 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 Wenn es heißt Early Access, dann... Pfff. Ja. Early Access. Ist alles noch in der Entwicklung. Haben wir wahrscheinlich noch keine Idee für die andere Hälfte. Copy-Paste. Selber normal. Ja. Copy-Paste, genau. Ja, ne? Ja, ne? Ja. Ja. So, keine Viecher hier im Dumpf irgendwie. Nein. Da hinten. Allgemein relativ wenig, finde ich. Also wenn die noch nicht mal einen T-Rex gesehen haben. Relativ wenig. Hallo. Oder komm an,ain, das. Joa, nosch. Das neue Mario erscheint am 27. Oktober. Ja, schön. Ich bin doch nett nach der Dem thee. Wenn du raus geh jul. Ich muss mal richtig vor, ich bin morgens auf der Dom. Dann Depois meine ich mal,gy vor mir der Destiny. Dann comms ich mal kurz vor ihr bestcekt. Und wir wollen uns planen? Kann ich jetzt mal kurz vorher Destiny sehe, Konsole früher. Ja, war doch klar. Früher ist das klar. Bei Xbox bestimmt einen Monat früher. Nein, die haben einen Deal mit Playstation. Wow, ja gut. Wie bei Destiny 1 auch. Ja, aber auf PC ist das echt die FPS. Immerhin, jetzt sitze ich hier im Dunkel. Ja, aber jetzt stehen wir hier. Das ist eine komplette Folge. Will ich jetzt machen? Ein paar ab für einen, reichst du dunkel. Auch schneiden, Chrisat. Ja, vielleicht passiert was Witziges. Fällts runter und dein Dino landet. Mach mal in der Licht, ich seh nichts. Ich hab ein Knüppel. Damit hat doch gerade Licht gehabt. Wow. Darf ich nicht mal meinen Talentbaum durchgucken? Nein, drück mal Licht, ich seh nichts. Ja, das ist mir doch völlig egal. Ich sag ja, gleich landet einer am Wasser mit seinem Dino und dann hör ich nur Geschreier. Ich seh ja nichts. Der will immer hier unten landen. Ja, das Problem hatte ich auch. Boah. Dann lande da unten. Ihr seid immer alle abgehauen. Weißt du, ich will nicht alleine sein. Boah, wirst du einfach mal sitzen geblieben an der Stelle. Boah. Dass er die Fackel einfach anlässt, ey. Ja, geht ja nicht, wenn ich im Talentbaum gucke. Wir müssen mit deinem Baum gucken. Lass mich da gucken. Das geht doch sowieso, ey. Wir müssen doch eh wieder bei Null land fahren. Wer sagt das? Chrisat. Nein. Noch mit der Anunnaki drauf, ey. Dann machen Godzilla drauf. Dann haben wir Godzilla auf der Karte, ey. Du guckst einmal irgendwo nach hinten. Oh nein, das ist Godzilla. Cool ist ja hier, dass die DLC Sachen funktionieren. Ja. Eine Windturbine können wir bauen. Ja, müssen wir einfach gucken. Das ist eine schöne Ecke für ihn auf der halben Karte. So, wie spät haben wir jetzt? Ist es schon wieder Tag? Nein. Der Metallwasserhahn. Ja, Metallwasserhahn. Auf und zudrehen. Dass wir dann das Wasser bitte in die Wohnung machen.